Und in Berlin begrüße ich jetzt ganz herzlich einen ausgewiesenen Kenner sowohl der europäischen als auch der arabischen Perspektive von der Bertelsmann Stiftung, Christian Peter Hanelt. Schönen guten Abend nach Berlin. Guten Abend, Herr Kolz. Herr Hanelt, muss man das schon als Erfolg werten, dass dieser erste Gipfel zum einen überhaupt stattgefunden hat und zum anderen, dass man tatsächlich auch so etwas wie eine Abschlusserklärung zustande gebracht hat? Herr Kolz, Sie haben in der arabischen Welt große Gegensätze in der Wirtschaft und Finanzkraft. Wir haben die reichen Golfstaaten wie Saudi-Arabien, die Emirate, die über viel Öl verfügen oder Algerien über viel Gas. Und Sie haben auf der anderen Seite sehr arme Länder wie Ägypten mit einer hohen Bevölkerungsrate. Also diese große Unterschiedlichkeit, erst mal die arabischen Länder, dass die überhaupt selbst zusammenkommen und dann noch mit der Europäischen Union, das ist schon sehr außergewöhnlich. Und dass es eine Abschlusserklärung gegeben hat, Herr Kolz, ist auch außergewöhnlich. Und ich habe mich selbst auch sehr überrascht und zwar aus innereuropäischer Perspektive heraus. Denn eigentlich wollte Ungarn, Ungarns Regierungschef Urban, die Abschlusserklärung bis zum Schluss blockieren, weil er mit den Erklärungen zum Thema Migration nicht einverstanden war. Aber das konnte man ausräumen. Blicken wir nochmal auf die großen Unterschiede, die Sie ja schon skizziert haben. Hat es Sie dann auch folgerichtig nicht überrascht, dass es ganz am Ende zu diesem Eklat kam rund um die Menschenrechtsfrage zwischen den europäischen Repräsentanten und dem ägyptischen Präsidenten? Herr Kolz, ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich fand es gut, dass es zu diesem Eklat gekommen ist und dass man gesehen hat, wie groß die Unterschiede bei der Einschätzung von Demokratie, Menschenrechten, Zivilgesellschaft, Mitwirkung der Gesellschaft an Politik und Wirtschaft ist, was sich hinter diesem Eklat versteckt. Und das eigentlich Interessante ist danach ja eigentlich gewesen, dass eben dann die ägyptischen Journalisten, die anwesend waren, ihrem Präsidenten in seiner Gegenrede zur europäischen Einschätzung von Menschenrechten applaudiert haben, dass man eben sehen kann, gerade im Unterschied zwischen Ägypten auf der einen Seite, es gibt einfach dort keine freie Presse und auf der anderen Seite Europa, das eben halt für Pressefreiheit und Menschenrechte einsteht. Da muss die Frage aber auch berechtigt sein, was hat man dann von den arabischen Staaten zu erwarten? Die Kanzlerin hat ja sehr deutlich gesagt, dass die Zukunft Europas nicht ganz unwesentlich auch von der Zukunft der arabischen Staaten abhängt. Was kann man dann von dort erwarten, was das Stichwort Kooperation dann auch wirklich treffen würde? Ja, die Problemlagen in unserer direkten Nachbarschaftsregion im Süden sind einfach sehr groß. Das ist nicht nur Migration und Flucht, was uns hier in Europa so bewegt, aber das sind insbesondere die Fragen des Klimawandels, der die Region trifft, die Frage der Nicht-Partizipationsmöglichkeiten. Es ist wenig in den Medien berichtet worden, dass gerade in den letzten zwei Wochen starke Proteste gab in Marokko gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht und für mehr Jobs. Oder auch in Algerien, auch ein direkter Nachbar vor uns auf der anderen Seite des Mittelmeeres, wo Hunderttausende von jungen Menschen auf die Straße gehen, weil sie nicht mehr wollen, dass ihr Präsident, der seit fünf, seit 30 Jahren diktatorisch regiert und todkrank ist, noch einmal Antritt zu den Wahlen. Sie fordern Partizipation. Oder im Sudan, wo die Menschen auf die Straße gehen, gegen die hohe, einfach die Erhöhung der Lebensmittelpreise. Das heißt, eigentlich muss die europäisch-arabische Beziehung gebaut werden auf Fundamente von Rechtssicherheit, Rechtsstaatlichkeit, gutes Regieren, damit Jobs geschaffen werden, damit das Fluchtkapital zurückkommt in die arabischen Länder, damit Jobs geschaffen werden können, gerade für junge Leute und für Frauen. Damit es eine Dynamik in den arabischen Gesellschaften gibt, um eben diese hohe Jugendarbeitslosigkeit und den jungen Bevölkerung Lebensperspektiven zu geben. Da liegt auch die Stärke der Europäischen Union, die ja mit ihrem Binnenmarkt, mit den Stichworten Handel, mit den Stichworten Entwicklungshilfe hier eine große Leistung vollbringen kann in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften der arabischen Welt und nicht nur mit den Herrschern. Das ist ja zunächst mal Zukunftsmusik, aber blicken wir noch mal auf das, was in der Erklärung dann tatsächlich drin steht. Allenthalben heißt es, das seien ja nur Allgemeinplätze. Kann man trotzdem anhand dieser Ergebnisse irgendwie ablesen, wo sich die Europäer und wo die Araber durchsetzen konnten? Es sind interessanterweise nicht nur Allgemeinplätze, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich war eher erstaunt, dass die Stärken im Bereich Wirtschaft, Entwicklungshilfe eher nur einen kleinen Teil der dreiseitigen Abschlusserklärung bewirken, sondern dass ein großer Wert darauf gelegt wird, auf politische Erklärung zu den Konflikten in der Region Syrien, Jemen, Libyen. Und ich war sehr erstaunt, dass es eigentlich der längste Paragraf zu dem des Israel-Palästina-Konfliktes ist, wo man eigentlich wenig Aufmerksamkeit diesem Konflikt in den letzten Jahren gegeben hat, aber wo gerade Ägypten und Saudi-Arabien, der saudische König und der ägyptische Präsident, haben in ihren Eröffnungsreden sehr stark darauf gedrängt, dass es eine Lösung geben muss im israelisch-palästinensischen Konflikt. Also dass die politischen Fragen so intensiv in der Abschlusserklärung stehen, fand ich schon erstaunlich. Aber da gucken auch die arabischen Länder sehr stark auf die Mitgliedstaaten und Europa. Und da müssen wir an unserer eigenen Nase als Europäer fassen, ist auf der einen Seite die schönen Erklärungen, die auch in Brüssel zu Konflikten in unserer Nachbarschaftsregion formuliert werden. Und das muss eigentlich auch übereinstimmen eben mit den Außenpolitiken der Nationalstaaten. Und da müssen auch wir Europäer unsere Hausaufgaben machen. Wenn wir in die Zukunft blicken und die Aussagen sowohl von den europäischen Repräsentanten als auch von der Bundeskanzlerin, dass man sich häufiger treffen möchte, dass man das regelmäßiger machen möchte, ist das dann nicht ein Stück weit doch eher schwach, wenn man bedenkt, dass das nächste Treffen erst 2022 dann in Brüssel stattfinden soll? Na ja, die Europäische Union hat eben ihre südliche Nachbarschaftsregion schon organisatorisch stärker in Blick genommen. Es gibt jetzt regelmäßige Treffen der EU mit den arabischen Führungen, mit den afrikanischen Führungen, nicht nur mit den arabischen Führungen. Es gibt die gesamte Nachbarschaftspolitik der EU, die von Marokko bis Belarus in einem organisatorischen Rahmen gefasst ist. Also es gibt da schon genug institutionelle Rahmen, in denen sich die EU mit den Nachbarstaaten trifft. Wichtig ist, dass man sich wirklich mit den Menschen und der Zivilgesellschaft aufeinandersetzt. Und eben nicht nur mit den Führern, weil eben in vielen Ländern der arabischen Welt einfach ist eine große Diskrepanz her zwischen dem, was die Bevölkerung wollen und dem, was die Führer wollen. Da nochmal mein Hinweis auf die Proteste in Marokko, in Algerien und im Sudan. Und es gibt eben nur wenig Länder in unserer arabischen Nachbarschaft wie Tunesien, ein wenig Jordanien oder auch Libanon oder Kuwait, die wirklich über legitimierte Regierungen verfügen. Das heißt, durch wirklich freie Wahlen legitimierte Regierungen. Und da ist eben noch eine große Diskrepanz in der guten Regierungsführung und in der Legitimität in vielen arabischen Ländern. Christian, Peter, Hanelt, herzlichen Dank für den Moment. Wir sprechen uns gleich wieder. Vielen Dank.